Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. Oktober. E-Highway erneut im Steuer-Schwarzbuch, Lilien holen neuen Kaderplaner und Wagenknechtpartei BSW gründet Landesverband in Hessen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Einmal im Jahr prangert der Bund der Steuerzahler öffentliche Verschwendungen von Steuergeldern an. Im am Mittwoch vorgestellten neuen Schwarzbuch werden wieder exemplarische Fälle von Steuergeldverschwendung enthüllt. Darunter auch der E-Highway auf der A5 zwischen Darmstadt und Frankfurt. Auf dem Teilstück zwischen den Anschlussstellen Weiterstadt und Langen-Mörfelden stehen hunderte Stahlmasten mit Oberleitungen für Hybrid-Lkw. Dort soll erprobt werden, ob und wie der CO2-Ausstoß des Schwerlastverkehrs reduziert werden kann. Das Projekt soll noch bis Mitte 2025 laufen. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Wegen seiner ungewissen Zukunft landete das Projekt bereits 2019-2020 im Schwarzbuch. Darüber hinaus bemängelt der Steuerzahlerbund etwa den Antrieb der beim Testversuch Benutzen-Lkw. Diese seien mit einem Elektro- und einem Dieselmotor ausgestattet und deswegen teurer als herkömmliche Fahrzeuge. Die Gesamtkosten für den E-Highway belaufen sich bislang auf etwa 54,4 Millionen Euro. Die Darmstädter Lilien haben einen Neuzugang, aber nicht auf dem Rasen, sondern am Spielfeldrand. Philipp Gründler ist der neue Leiter des Bereichs Kaderplanung bei Darmstadt 98 und verantwortet laut Vereinsinformationen das Video-, Daten- und Live-Scouting. Verpflichtet wurde er von Sportdirektor Paul Ferny, der im Frühjahr dieses Jahres seinen Amtsantritt hatte und seitdem die Strukturen rund um das Team neu aufstellt. Laut Ferny ginge es heutzutage bei der Kaderplanung nicht mehr um die Beobachtung der Spieler, sondern das optimale Nutzen aller Ressourcen. Gründlers Ziel sei es, die bestmöglichen Talente für die Lilien zu identifizieren. Seine Expertise gilt im Auswerten von Daten. Ferny hat mit Gründler einen alten Weggefährten nach Darmstadt gebracht. Zuvor haben die beiden schon beim SVW in Wiesbaden zusammengearbeitet. Von 2017 bis August dieses Jahres war Gründler dort erst Scout, dann Chef-Scout und am Ende Chef-Analytiker. Vor einer Woche ist das Tötungsdelikt im Lampertheimer Wald-Thema in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst gewesen. Nachdem eine 36 Jahre alte Joggerin am Montag 16. September auf einem Waldweg von Spaziergängern tot aufgefunden wurde, hatten sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen über den TV-Beitrag neue Hinweise erhofft. Aber nach einer Woche ist klar, die Hinweise gehen teils in unterschiedliche Stoßrichtungen. Klar ist, es war ein Gewaltdelikt, die Frau hatte Stichverletzungen, insgesamt seien nun 185 Hinweise bei der Mordkommission eingegangen. Die Ermittler sind damit beschäftigt, die vielen eingegangenen Hinweise zu überprüfen und abzuarbeiten. Vor allem im Fokus, was war rund um den Waldparkplatz Bürster zum Tatzeitpunkt los. Im Rahmen der Sendung erklärte ein Polizeibeamter, dass sich eine Zeugin gemeldet hatte, die den Ermittlern umfangreiches Foto- und Videomaterial zur Verfügung stellen konnte. Aufgenommen wurde das am gleichen Vormittag, als die Tat geschah. Die Ermittler sind weiter damit beschäftigt, die vielen eingegangenen Hinweise zu überprüfen und abzuarbeiten. 100 exemplarische Fälle von Steuergeldverschwendung listet der Bund der Steuerzahler im neuen Schwarzbuch die öffentliche Verschwendung 2024-2025 auf, darunter 11 Fälle aus Hessen. Zum Beispiel das alte Finanzamt in Wiesbaden. Seit 2022 steht es größtenteils leer und ist sanierungsbedürftig. Trotzdem kostet der ehemalige Dienstsitz jedes Jahr 3,4 Millionen Euro Miete, vermutlich noch bis Ende 2035. Auch der Kauf von Schrottimmobilien, ein Verkehrsversuch zur Verbesserung des Radverkehrs in Gießen, der zu niedrige Sprungturm in Biedenkopf und ein fast 6.000 Euro teures Fotoshooting des Magistrats in Kassel stehen im Schwarzbuch. Hohe Kosten hat zudem die Teststrecke für den E-Highway auf der A5 in Südhessen verursacht. Mehr als 54 Millionen Euro investierte der Bund in das Projekt, das noch bis Mitte 2025 andauern soll. Die Sanierung der denkmalgeschützten Postbrücke an einem Naturschutzgebiet bei Lorsch und Heppenheim kostete 300.000 Euro. Sie endet allerdings im Nichts. Denn der dahinterliegende Weg darf aus Naturschutzgründen nicht benutzt werden. Das neue Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW, verbreitert seine Parteistrukturen in den westdeutschen Bundesländern. Wenige Wochen nach der Gründung eines Landesverbandes in Rheinland-Pfalz steht nun der Start in Hessen an. Wie der Spiegel berichtet, sind dafür am kommenden Samstag Mitglieder ins Wiesbadener Kurhaus eingeladen. Sarah Wagenknecht sagte dem Spiegel, dass es in Hessen ein großes Bedürfnis nach politischer Veränderung gebe. Das Interesse am BSW sei groß. Rund 50 Mitglieder soll der neue Landesverband haben. Für den Vorsitz sind laut Spiegel Ali Al-Dailalami und Oliver Jeschonek vorgesehen. Der 42-jährige Al-Dailalami aus Gießen ist BSW-Bundestagsabgeordneter und war im vergangenen Herbst aus der Linkspartei ausgetreten. Jeschonek ist 48 Jahre alt und führt ein mittelständisches Beratungsunternehmen. Bisher ist das BSW in zehn Bundesländern mit Landesverbänden vertreten. Weitere Gründungen stehen demnächst in Bayern und Baden-Württemberg an. Bis zum Jahresende soll es überall in Deutschland Untergliederungen geben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gude Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vam.de.